Liebe Zuschauer, wir begrüßen Sie zum heutigen Medienkommentar. Am 17. September 2014 berichteten wir in unserem Kommentar über falsche Bilddokumente, die das erste deutsche Fernsehen veröffentlichte. Heute möchten wir unter die Lupe nehmen, wie die AAD in dieser Angelegenheit auf die Proteste ihrer Zuschauer reagiert hat. Zur Erinnerung. Am 29. August 2014 veröffentlichte die AAD ein im Jahre 2008 im Kaukasus aufgenommenes Bild einer russischen Kampfpanzerkolonne. Mit diesem sechs Jahre alten Bild belegte die AAD die Behauptung, russische Panzer seien am 19. August 2014 in die Ukraine vorgestoßen. Nach zahlreichen Protesten von Zuschauern entschuldigte sich die AAD schließlich für diesen Fehler und ersetzte das Falschbild durch eine Aufnahme, die einen russischen Soldaten auf einem Panzer zeigte. Erneut waren es kundige Zuschauer, die darauf aufmerksam machten, dass dieses Bild bereits im März 2014 auf der Krim aufgenommen worden war. Die AAD erklärte diese falschen Zugriffe auf Bilder, die im Archiv der Deutschen Presseagentur eindeutig richtig gekennzeichnet waren, wie folgt. Es ging um den Ukraine-Konflikt in seiner Gesamtheit. Somit ist das Bild nicht aus dem Kontext gerissen. Wenige Stunden danach entfernte die AAD auch dieses zweite Falschbild, diesmal mit der Erklärung Der Austausch des Bildes mit einem Motiv aus dem März 2014 zum gegenwärtigen Ukraine-Konflikt hat leider zu Schlussfolgerungen geführt, die nicht von uns intendiert waren. Kurze Zeit später benutzte die AAD in der Fernsehsendung Aktuelle Stunde das zuvor als Falschbild entlarvte Kaukasusbild abermals, diesmal als großes Hintergrundbild. Nach erneuten Protesten aufmerksamer Zuschauer entschuldigte sich der Sender und, ich zitiere, Prüft nun intern sorgfältig, wie es zu diesem Absprachefehler kommen konnte. Wie es aussieht, versucht die AAD der Zuschauerschaft, eine wiederholte Verwendung falscher Bilder als Fehler aufgrund von Ungenauigkeit, Missverständnis und mangelnder Absprache zu erklären. Doch könnten nicht vielmehr Kalkül und gezielte Absicht dahinter stecken? Dies zumindest fragen Zuschauer in Klagen, die bei unserer Medienklagemauer eingehen. Offensichtlich lag das Problem der AAD darin, dass sie kein Bildmaterial hatte, um die Behauptung vom Vorstoß russischer Panzer in die Ukraine zu belegen. Die AAD war zu keinem Zeitpunkt bereit, die Falschmeldungen und Falschbilder auf ihrer Internetseite zu widerrufen und richtigzustellen. Anscheinend nimmt das öffentlich-rechtliche Fernsehen die Proteste wachsamer Zuschauer billigend in Kauf, um die Masse der Zuschauer unvermindert weiter einseitig beeinflussen zu können. Zum tieferen Verständnis dieser Zusammenhänge empfehlen wir Ihnen unseren Lehrfilm »Wie funktionieren moderne Kriege?« In diesem wird die Rolle der Massenmedien in der modernen Kriegsführung beschrieben. Machen Sie sich als mündiger Bürger selbst ein Bild. Man braucht ARD und ZDF nicht zu sehen, erklärte Willi Wimmer, der ehemalige Bundestagsabgeordnete und CDU-Politiker, schon vor einiger Zeit in einem Interview und im Fall, sich besser über andere Kanäle zu informieren. Aufgrund der sich häufenden angeblichen Fehler auf ARD und auch bei ZDF, bekommt diese Aussage nun immer mehr Zustimmung bei vielen Zuschauern. Wir wünschen Ihnen noch einen guten Abend. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Seit 2011 kursiert in Netz ein Bericht über den grausamen Mord an nigerianischen Christen durch militante Moslems, untermauert durch eine Abbildung, auf der eine große Anzahl verkohlter Leichen zu sehen ist. Forscht man jedoch nach, stellt man fest, dass das Foto aus einer Tankexplosion im Kongo stammt. Diese Falschmeldung soll von der prominenten jüdischen antimuslimischen Aktivistin und Vorsitzenden der internationalen Organisation SCION Stab the Islamization of Nations Pamela Geller stammen. Aufschlussreich ist auch, dass die Amerikaner ihre Sympathie für den norwegischen Terroristen Anders Breivik nicht verbergen konnte, der sie seinerseits in seinem kurz vor seinem Attentat veröffentlichten Manifest oftmals zitierte. Es wird höchste Zeit, dass wir diese Menschen zur Rechenschaft ziehen, die solche entsetzlichen Lügen verbreiten, mit dem einzigen Ziel, Spaltung, Hass und Krieg unter den Völkern zu entfachen. Helfen Sie dabei mit und empfehlen Sie KlagemordTV weiter. Auf Wiedersehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017